Mehrheit sagt, Deutschland ohne EU besser dran. Ein Drittel der Ansicht, dass die EU auseinanderbrechen wird. In einer Umfrage von Emnet im Auftrag der BILD am Sonntag äußerten 46% der Befragten, dass Deutschland ohne eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union besser dran sei. 45% der Teilnehmer waren gegenteiliger Meinung. Ihrer Ansicht folgend würde es Deutschland ohne die EU noch schlechter gehen. An der Umfrage nahmen 1001 Bürger teil. Sie gilt somit als repräsentativ. Darüber hinaus sehen nach Angaben von Welt Online 51% die Zukunft des Euro, selbst nach dem letzten EU-Gipfeltreffen, fraglich. Lediglich ein Drittel der Befragten geht davon aus, dass die EU auseinanderbrechen werde. Auf der Grundlage dieser repräsentativen Befragung wurde auch festgestellt, dass die Union derzeit weiterhin die politisch stärkste Kraft bleibt. Die SPD gewinnt zwar zwei Punkte gegenüber der letzten Erhebung, kann davon jedoch nicht auswirkend profitieren. Die Linke verliert einen Punkt, die Piraten halten sich bei 7%. Die Grünen verloren ebenfalls zwei Punkte und die FDP stagniert weiterhin bei 3%. Das ist ein Punkt, wie der Beratungsverteister ist. Ich bin aber überwirkend. Die Linke lösen wird von 5.6%. Die Linke lösen wird von 5.6%. Die Linke lösen wird von 5.6%. Die Linke lösen wird von 5.6% der Stap.